Obwohl, da haben wir da letztens schon so einen großen Fisch gekauft. Ja, wie denn? Im Wasser. Wir beiden? Ja. Was war das? Ein Fisch. Du? Ja, wir beide. Weiß ich nicht mehr. Ja. Was war das denn? Ander Latein. Ach so, der ja der große Fisch. Ja, stimmt. Oh Jan. Moin. Hallo Norbert. Was hast du denn hier für ein Wetter in Stade? Ja, geil, ne? Ja. Sehr schön Sonnenschein. Wir sitzen hier heute Abend im Schatten. Wir haben ja noch ein paar Sachen offen, ne? Also wir hatten ja mal eine Umfrage gestellt, was die Leute denn als nächstes sehen wollen, wenn wir 1.000 Abonnenten erreichen. Die sind ja jetzt da. Ja. 1.100 und ein paar Zerquetschte. Und weißt du eigentlich, was das ergeben hat? Nee. Irgendwie 60% oder 70% haben dafür gestimmt, dass sie deine Werkstatt kennenlernen wollen. Ja. Der Livestream fiel ab und das Angeln hat nur so drei Stimmen gewonnen, ungefähr. Auf jeden Fall, 1.000 Abonnenten, irgendwie Werkstattrundgang, gucken wir mal, wie wir das machen. Im Sommer wird garantiert nicht, ne? Genau, nee, das schaffen wir nicht. Also. Wir fliegen lieber, als dass wir Videos machen. Aber wir wollten uns auf jeden Fall mal melden, weil hier pierciert ja gar nichts sonst, ne? Auf jeden Fall haben wir uns überlegt, dass wir zwei F3K Tombola lose verlosen oder abgeben wollen. Ähm, in diesem Jahr findet ja die EM der F3K in Polen statt, in Gilonagora. Und da gibt's auch ein Team aus Deutschland, was daran teilnimmt. Und damit die Reisekosten für die auch Jugendlichen nicht zu hoch werden, gibt's halt eine Tombola. Und da werden ganz tolle Sachen verlost. Ein Snipe, ein Vortex, ein Go. Stream NXT. So, zwei Lose haben wir abzugeben. Und wir haben uns überlegt, wie kann man das gewinnen oder teilnehmen? Ja, wir haben eben nur drüber gesprochen. Die schönsten Bilder um und mit F3K. Irgendwie so Flugbilder oder Pilotenstartbilder oder Bilder von Flugzeugen im Sonnenuntergang. Wäre schön, wenn wir zahlreiche Bildzuschriften kriegen würden. Ja. Steht unten in der Videobeschreibung irgendwie ein Link, wo ihr ein Foto hochladen könnt. 20. August. Genau. Meldeschluss oder Bildeinsendeschluss. Und es sind die Losnummer 29 und 32 zu vergeben. Wir machen dann da nochmal ein Auslösungsvideo von. Genau. Und wir dann nochmal im Sommer. Und gucken mal. Dass ihr vielleicht auch im Sommer noch ein bisschen was zu gucken habt. Nehmt zahlreich dran teil. Lohnt sich. Mehrfacheinreichungen sind nicht erlaubt. Genau. Das ist natürlich, also wer hier immer auf den Sendebutton drückt. Und Fotos klauen auch nicht. Die müssen schon irgendwie selber gemacht sein. Genau. Boah. Sonst gibt es eigentlich nichts zu sagen. Wir wünschen euch eine schöne Sommersaison. Stimmt, ja. Urlaub, F3K, Modellfliegen allgemein. Fliegt mehr als wir beide. Ja, war in letzter Zeit wenig, ne? Ja. Naja, gut. Wir sagen erstmal bis dahin. Ciao, ciao. Schönen Tag noch. Tschüss. Aufgenommen. Ja. 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 Vielen Dank.